Das Leben stellt dich gern mal auf die Probe. Und wenn du die falsche Entscheidung triffst und damit leben musst, kann das deine Strafe sein. Oh mein Gott, ein Zohler. Ich wurde kürzlich aus dem Gefängnis entlassen. Und ich versuche wieder auf die Füße zu kommen. Und jetzt ist das mein Leben. Jetzt widmet euch euren Bogen. Du darfst doch eine Waffe halten, oder? Mann, oh Mann. Meine gute Kleine. Nicht das irreparable ist wichtig, aber das reparable... Was willst du eigentlich, wirklich? Eis bekommen. Und Gerechtigkeit. Ich hab noch nie gehört, wie du lachst. Es ist nervtötend. Was tun wir, wenn wir nicht mehr wissen, was wir tun sollen? Wir helfen uns, das hier durchzustellen. Also wird es wieder so wie damals? Aufgeben ist nicht die Antwort. Es tut sehr gut, dich zu sehen. Wir müssen unsere eigenen Antworten finden. Davor brauchst du keine Angst zu haben. Damit sagst du Ja zum Leben. Hab ich aus einer Broschüre. Vielleicht ist es der Beginn einer Rückbesinnung. So etwas muss es einfach geben. Alles klar, alles klar. Komm her! Warte. Das ist ein spezielles Huhn. Das ist ein magisches Huhn. Äh. Keine Spoiler.